ARD Als Kukutschka eigentlich schon sicher war, dass er jetzt in wenigen Minuten in West-Berlin ist, dann kam es zu diesem Schuss. Und es erhellt der Pole nach Augenzeugenberichten aus sehr kurzer Entfernung vom Rücken her einen Schuss in den Bauch, sackt zusammen und wird sofort weggeschleppt. Das waren Dr. Filip Ganschak, ein polnischer Historiker, und Prof. Stefan Apelius, ein deutscher Historiker. Denn in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche geht es um eine polnisch-deutsche Geschichte. Am 29. März 1974 geschieht am Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin in Berlin-Friedrichstraße etwas schier Unglaubliches. Ein Mann wird bei laufendem Grenzverkehr erschossen. Es gibt sogar Augenzeugen, und doch dauert es 50 Jahre, bis der mutmaßliche Mörder vor Gericht steht. Um diesen außergewöhnlichen Fall soll es also diesmal bei MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Sie hören uns immer freitags alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Es gab leider technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme, was vor allen Dingen meine Tonspur betrifft. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir tauchen also tief ein in die Zeit des Kalten Krieges, ins Jahr 1974. Dass heute, 50 Jahre später, ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Todesschützen stattfindet, ist etwas ganz Besonderes. Warum das so ist, welche Zeugen es gibt und vor allem, wieso es so lange gedauert hat, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Tom Fugmann, der den Fall für das ARD-Magazin Fakt aufgerollt hat. Hallo Tom. Hallo Cecilia. Das ist ja eine krasse Geschichte, Tom. Also da wird jemand in der Öffentlichkeit vor vielen Zeugen erschossen und es passiert jahrzehntelang nichts. Jetzt hat in Berlin der Prozess begonnen, bevor wir über diese ganze Geschichte reden. Du bist ja auch in Polen vor Ort gewesen, hast mit dem ehemaligen Chef des Mordopfers gesprochen. Erzähl erstmal, der Prozess hat ja jetzt angefangen in Berlin am 14. März. Teile uns doch erstmal ein paar Eindrücke mit von diesem Prozessauftakt. Ja, also im Prinzip ist es so gewesen, dass der mutmaßliche Mörder und Todesschütze angeklagt wurde. Und das Medieninteresse aus Deutschland und aus Polen war sehr groß, weil es natürlich ein besonderer Fall ist, dass jemand ja an der Grenze hinterrücks erschossen worden ist. Und das Interessante daran ist auch, vielleicht kurz zur Einordnung, die Grenzschützen, die an der Berliner Mauer Flüchtlinge getötet haben, die sind wegen Totschlag angeklagt worden. Der mutmaßliche Mörder von Kukutschka ist wegen Mordes angeklagt worden, weil eben diese Tat von in den Rücken geschossen und so weiter so eingeordnet wurde. Und es war ziemlich voll. Der Angeklagte ist selbst erschienen, erklärte sich für nicht schuldig. Es waren auch da drei Verteidiger, die für die Kinder Kukutschkas dort die Nebenklage vertreten haben. Also im Prinzip am ersten Verhandlungstag ging es los. Der Angeklagte hat sich nicht weiter zur Sache eingelassen. Und dann wurde eine Zeugin vernommen. Und das war der erste Tag von noch, glaube ich, sechs oder sieben weiter folgenden. Anfang Juni wird es dort wahrscheinlich ein Urteil geben. Ich habe auch gelesen, dass der Prozess aufgezeichnet wird als Audio. Das ist was Besonderes, oder? Ja, also das Gericht erachtet diesen Prozess als einen zeithistorisch besonderen. Deswegen wird er aufgezeichnet. Zum einen, weil es eben 50 Jahre gedauert hat, nach mehreren Anläufen, den Angeklagten vor Gericht zu bringen. Und natürlich, weil diese ganzen Umstände dieser Tat, also die DDR war daran, die Staatssicherheit der DDR, polnische Diplomaten, der polnische Geheimdienst, also so außergewöhnlich sind, dass man sagt, das muss für die Nachfeld, für Historiker, für späte Generationen erhalten bleiben. So, jetzt wollen wir den Hörerinnen und Hörern erst mal erzählen, was eigentlich passiert ist. Und springen in das Jahr 1974. Ost und West waren damals streng getrennt. Es gab eine Mauer, eine streng gesicherte Grenze. Man konnte da nicht ohne weiteres schon gar nicht vom Osten in den Westen. Man konnte zwar von dem Westen in den Osten reisen, aber von Osten in den Westen war quasi unmöglich. Es gab Versuche, illegale Grenzübertritte. Und über genau so einen wollen wir jetzt sprechen. Dieser Versuch fand am 29. März 1974 statt. Was ist da passiert, Tom? Ja, also gegen Mittag, zwölf Uhr wohl ungefähr, erschien der polnische Feuerwehrmann Czeslaw Kukuczka in der polnischen Botschaft in Ost-Berlin unter den Linden. Er hatte eine Tasche dabei, aus der wohl irgendwelche Drähte geragt haben sollen. Und hat gesagt, wenn er nicht innerhalb von drei Stunden nach West-Berlin gebracht werden würde, würde in seiner Tasche eine Bombe explodieren und die Botschaft in die Luft fliegen. Daraufhin hat man ihn hingehalten und hat in einem Nebenraum die Staatssicherheit informiert. Und dort ging es gleich hoch bis auf die fast höchste Ebene. Der Stellvertreter von Stasi-Chef Erich Mielke, Generaloberst Bruno Beate, hat sich der Sache angenommen und hat gleich beschlossen, dass eben Kukuczka unschädlich zu machen sei. So war damals eine Umschreibung dafür, dass man vorhatte, den Mann, ja man kann es nicht anders sagen, zu liquidieren. Ohne überhaupt zu untersuchen, ist da was dran, blöfter nur, weil, was man auch wissen muss, die DDR und Polen hatten zum einen noch einen Grenzübergang, an dem kontrolliert wurde. Also das heißt, es war eigentlich nicht möglich, eine Bombe von Polen die DDR zu schmuggeln. Und dann war es natürlich auch so, dass ein Feuerwehrmann in einer Kleinstadt, in einer polnischen Kleinstadt, auch gar nicht die Möglichkeit hatte, an das Material für den Bombenbau ranzukommen. Ist ja nicht wie heute, wo man irgendwie im Baumarkt sich irgendwelche Ingredienzen kaufen kann, aus dem Internet vielleicht noch eine Bastelanleitung. Das gab es natürlich alles 1974 noch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann tatsächlich eine Bombe dabei hatte, war eigentlich relativ gering. Nun gut, es hätte jetzt vielleicht theoretisch ja doch sein können. Die Frage ist, was dann passiert ist, weil er ist ja erschossen worden. Ja, also man ging zum Schein auf seine Forderung ein, stellte ihm Ausweisepapiere aus, bot ihm an, ihn zum Grenzübergang zu fahren. Er ist dann mit einem Auto der Staatssicherheit mitgefahren. Und natürlich war das am Grenzübergang alles präpariert. Er ging dann mit seiner Tasche nochmal auf die Toilette, kam dann raus, stellte sich an, passierte, das wurde auch durch Zeugenaussagen bestätigt, zwei von drei dieser Kontrollstellen. Und als er an der dritten angelangt war, trat eben wahrscheinlich der heutige Angeklagte hinter ihn aus einem Raum wohl und schoss ihn aus zwei Meter Entfernung in den Rücken. Man muss vielleicht auch nochmal erklären, wie die Situation an diesem Grenzübergang war. Man kann das heute noch sehen. Berlin-Friedrichstraße ist heute so eine Art Gedenkstätte. Das ist der Tränenpalast. Ganz große Halle, wo man sehen kann, dass es so wie so enge Schleusen gab es da, Tom, oder? Ja, das ist heute ein Museum, der Tränenpalast. Also im Prinzip war das damals die Stelle, an der Menschen aus dem Westen, aus dem westlichen Ausland, die einen Tag in Ostberlin waren, quasi wieder zurück in den Westen gegangen sind. Nach Westberlin? Nach Westberlin, ja. Dort wurde kontrolliert, also gab es Kontrollstellen. Oben fuhr dann die S-Bahn ab nach Westberlin. Und ja, das war im Prinzip ein Grenzübergang. Und da war eben auch normaler Besucherverkehr an diesem Tag. Also eine Schulklasse aus der Bundesrepublik, aus dem hessischen Bad Hersfeld, wartete auch auf die Abfertigung. War ja damals üblich sozusagen, so ein Besuch in Berlin gehörte zum normalen schulischen Standardprogramm von Schülern aus der Bundesrepublik. Und die waren eben einen Tag in Ostberlin und wollten dann zurück. Und da bekamen drei Schülerinnen mit, wie der Kukutschka erschossen worden ist. Und was ist passiert, Tom, nachdem dieser Schuss gefallen ist? Ja, er wurde von den Rücken in den Bauch getroffen und war schwer verlässt, viel zu Boden, ist auch sofort weggetragen worden. Das hat auch eine der Schülerinnen, ehemaligen Schülerinnen, die am ersten Prozestag ausgesagt haben, auch so nochmal bestätigt. Und dann war klar, der Mann ist eben schwer verletzt und muss ärztlich versorgt werden. Und in der Nähe liegt die Charité, da hätte man ihn hinbringen können. Dann hätte er vielleicht sogar überlebt. Aber man hat ihn eben in das Haftkrankenhaus des Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen gebracht. Das ist nochmal so, ich glaube, zehn Kilometer fast entfernt. Also dauert er eine Weile. Auf dem Weg dorthin ist Kukutschka dann gestorben. Und wenn man ihn hätte retten wollen, das hat der Stefan Apelius auch nochmal bestätigt, dann hätte man ihn auch in die Charité bringen können. Hätte man ihn retten wollen, hätte man ihn in die Charité gefahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, hätte man ihn nur unschädlich machen wollen, im Sinne von, er kann nicht in den Westen und wir gehen kein Risiko mehr ein, hätte man ihm keinen Bauchschuss verpasst aus nächster Nähe. Also für meine Begriffe ist die Tötungsabsicht hier ganz offensichtlich. Gerade in diesem Umstand wird sie ganz explizit deutlich. Jetzt lass uns mal nach Polen gehen. Du bist ja in Polen gewesen, also wo der Szeslaw Kukutschka herkam. Du hast schon gesagt, er war Feuerwehrmann, 38 Jahre alt, verheiratet. Drei Kinder hat er gehabt und du hast den damaligen oder früheren Chef von Szeslaw Kukutschka getroffen. Wie war diese Begegnung? Konnte er sich noch an seinen früheren Mitarbeiter erinnern? Ja, konnte er. Kukutschka hat da nicht sehr lange gearbeitet, aber er konnte sich erinnern, weil Kukutschka auch ein guter Schachspieler war und der ehemalige Chef auch immer mal mit ihm eine Partie gespielt hat. Da gibt es auch ein Foto davon. Naja, und natürlich das Besondere dieser Umstände. Am 3. März ist wohl Kukutschka nicht mehr zur Arbeit erschienen, hatte auch vorher keinen Urlaub eingereicht oder so etwas und fehlte also quasi einfach. Für eine lange Zeit, bis dann am 29. dieser Versuch des Grenzübertritts war. Ja, genau. Und im Prinzip war es so, dass der Chef dann zur Polizei ging und seinen Mitarbeiter als vermisst meldete. Und da passierte erstmal nichts. Und dann wurde er eben Anfang April zur Polizei gerufen und hat da mehr oder weniger sachlich mitgeteilt bekommen, dass eben sein Mitarbeiter verstorben sei. Und er hat durch Zufall ein Fax, das waren ja damals quasi noch die gängigen Informationsübermittlungsredien. So eine Art Fernschreiber hießen sie, glaube ich, damals noch. Genau. Die hatten noch mal ganz groß. So eine Art schnellerer Brief. Und da stand dann drauf, dass Kukutschka an der Berliner Mauer zu Tode gekommen sei. Als du in Polen gewesen bist, also du hast ja auch schon gesagt, am Anfang jetzt bei dem Prozess, wir reden jetzt auch gleich bald noch über den Angeklagten. Es gab auch ein großes Interesse von polnischer Seite. Dieser Fall, der jetzt nach 50 Jahren eventuell ja tatsächlich aufgeklärt wird. Es gab mehrere Versuche, muss man auch sagen. Wie ist die Stimmung bei den Polen bezüglich dieses Falls? Weil man jetzt mal so sagt, so ganz unschuldig war die polnische Seite ja auch nicht. Naja, die damaligen Vertreter des kommunistischen Polens nicht. Ja, natürlich hofft man auf eine Art späte Gerechtigkeit. Denn die Identität des mutmaßlichen Todesschützen steht schon seit einigen Jahren fest. Also es gibt einen polnischen Historiker, der zusammen mit einem deutschen Kollegen diesen Fall auch noch mal sehr ausgiebig und intensiv recherchiert hat. Der dann quasi auf den mutmaßlichen Todesschützen stieß. Also dessen Identität war lange geheim. Und letztendlich konnte man sie nur enthüllen, weil sich in den Akten ein Dokument über eine Auszeichnung gefunden hat, die der Befehlshaber dieses mutmaßlichen Todesschützen, ein Stasi-Offizier mit dem Namen Hans Sabbat, der wurde ausgezeichnet für die Verhinderung eines Grenzübertritts an eben jenem besagten 29. März 1974. Und eine weitere sehr hohe Auszeichnung erhielt eben der mutmaßliche Todesschütze, der damals noch ein einfacher Offizier war. Und diese Auszeichnung war eigentlich viel zu hoch für jemanden in seinem Rang. Also war auch vollkommen klar, da muss was Besonderes passiert sein. Und man hat das Datum jetzt. Und damit ist klar, wofür der eigentlich ausgezeichnet wurde. Und so konnte die Identität enthüllt werden. Und die Polen haben schon vor, ich glaube, drei oder vier Jahren eigentlich einen europäischen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Todesschützen erlassen. Dem wurde aber von deutscher Seite nicht stattgegeben, weil man gesagt hat, wir, wenn überhaupt, stellen wir den hier selbst vor Gericht. Und dann hat es nochmal einige Jahre gedauert, bis die Staatsanwaltschaft in Berlin genügend Beweise zusammengetragen hatte, dass sie überzeugt waren, jetzt sind die Beweise so wasserdicht, dass wir den Mann anschlagen können. Es geht da um einen Mann, der hier, wo wir auch gerade heute aufnehmen, also in der Stadt Leipzig lebte, jahrzehntelang, der mittlerweile 80 Jahre alt ist, Manfred N. Du hast auch versucht, ihn zu sprechen. War nicht so erfolgreich, ne? Ja, ich habe seine Adresse rausbekommen und bin dann hingefahren und habe ihn auch quasi angetroffen. Aber er wollte sich dazu nicht äußern. Das war wenige Tage vor dem Prozessbeginn. Sagen wir mal so, in gewisser Weise ist es natürlich nachvollziehbar. Ich habe nochmal zwei Fragen, weil du gesagt hast, die Identität ist bestätigt. Kann man das wirklich so sagen oder ist das ein Indiz, dass er das sein könnte? Die Verteidigung, also seine Verteidigung wird versuchen, das zu erschüttern natürlich. Warum er für etwas ausgezeichnet werden sollte, was er gegebenenfalls nicht begangen hat. Klar, das ist jetzt sozusagen eine Frage der Logik. Warum wird jemand dafür ausgezeichnet, für die Verhinderung eines Grenzübertritts, wenn das gar nicht stattgefunden haben soll? Also wird auch eine Frage sein, wie das Gericht diese Akten bewertet und einordnet. Und natürlich ist es so, dass die Zeuginnen, die ja damals, ich glaube, 15 und 16 Jahre alt waren. Die Schülerinnen aus Bad Hersfeld. Diese Schülerinnen aus Bad Hersfeld, genau. Sich an dieses Geschehen vor 50 Jahren auch nur bruchstückhaft erinnern. Ich meine, es war für die, die das mitbekommen haben, wie vor ihren Augen ein Mensch erschossen wird. Einfach so, ohne Vorwarnung. Und das passierte direkt vor ihren Augen. Für die war das traumatisierend. Das hat auch die erste Zeugin ausgesagt, die dann auch jahrelang nicht mehr nach Berlin gefahren ist, weil sie einfach Angst hatte. Und inwieweit diese Zeuginnen jetzt was zur Schilderung des Tatgeschehens beitragen können, substanziell, was dann auch auf den mutmaßlichen Todesschützen und jetzigen Angeklagten hindeutet, und wie das vom Gericht bewertet wird, muss man natürlich sehen. Aber man muss auch noch wissen, die Schülerinnen haben das ihrem Lehrer erzählt, was sie dort beobachtet haben. Und der Lehrer, inzwischen natürlich verstorben, wollte das aber nicht in West-Berlin bei der Polizei vorbringen, weil er auch Angst hatte, da passiert was. Er ist erst drei Tage nach der Tat beim Bundesgrenzschutz in Bad Hersfeld, also als man wieder in der Bundesrepublik war, erschienen und hat dort geschildert, was da passiert ist. Und dann begannen die kriminalpolizeilichen Befragungen. Also es waren auch schon wieder einige Tage vergangen seit der Tat, als die Schülerinnen dann befragt worden sind. Es gibt ja auch eine Frage, weil du gerade über diese Auszeichnung gesprochen hast, das ist der sogenannte Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland. Und da ist es ja so, dass der jetzt Angeklagte Manfred N. diesen Orden in Bronze bekommen hat und derjenige, der den Polen bis zur Friedrichstraße gefahren hat, hat ihn in Gold bekommen. Gibt es da irgendwie eine Erklärung für diese Diskrepanz? Ja, der ihn gefahren hat. Es war ein vom Rang deutlich höherer Offizier, der im Rang über ihm stand, auch mehr Dienstjahre schon auf dem Buckel hatte und damit, naja, eher in den Augen der Staatssicherheit legitimiert war, auch eine solche hohe Auszeichnung zu bekommen. Manfred N. war eben noch nicht so lange bei der Staatssicherheit, hatte einen deutlich niedrigeren Rang und damit war dann auch klar, der kriegt dann auch die etwas niedrigere Auszeichnung, obwohl die damals eben auch für ihn eine sehr ungewöhnliche Auszeichnung war. Wir zeichnen auf am 28. März 2024. Morgen sind es genau 50 Jahre, wo das passiert ist. Man fragt sich ja doch immer wieder, warum eigentlich solche Sachen dann nach 50 Jahren doch immer noch mal, warum dann immer noch mal Bewegung reinkommt, beziehungsweise die andere Frage, 34 Jahre ist die Mauer gefallen, warum es eigentlich so lange gedauert hat? Ja, also ich glaube, zum einen, es gab ja mehrere Versuche, Verfahren in diesem Fall anzustrengen. Man hat aber eben nie die Identität des mutmaßlichen Todesschützen herausfinden können und erst durch diese Akte, in der es um die Auszeichnung geht, ist klar, okay, warum das jetzt 50 Jahre gedauert hat, darüber kann man nur spekulieren. Also zum einen eventuell, dass es vielleicht von der deutschen Seite nicht so ein Aufklärungsinteresse in dem Fall gab, wie das angebracht wäre. Und das andere ist eine polnische Besonderheit. Der Historiker, der das mit seinem deutschen Kollegen recherchiert hat, gehört einer Institution an, die es in Deutschland so nicht gibt. Das ist das Institut für nationales Gedenken. Das ist eine Art Aufarbeitungsinstitution, aber mit staatsanwaltlichen Befugnissen. Das heißt, dort werden Verbrechen am polnischen Volk untersucht, auch Verbrechen, die es im Zweiten Weltkrieg an der Zivilbevölkerung gab, durch deutsche Wehrmacht und der SS. Und eben auch solche Fälle, wenn Polen im Ausland zu Tode kommen, in Zusammenhängen, die eventuell politisch sind. Und die haben sehr intensiv dann recherchiert, haben eben auch diese Akte gefunden. Und vielleicht ist das in diesem Fall die Besonderheit. Gibt es eigentlich auch Untersuchungen gegen zum Beispiel damalige Botschaftsangestellte der polnischen Botschaft im Zuge dieses Todesfalls? Also wenn es Untersuchungen gab, ist es mir nicht bekannt. Aber es ist ja eh, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass da noch jemand lebt. Also der Bruno Beater, der Mielke-Stellvertreter, der das von ganz oben angeordnet hat, ist schon zu DDR-Zeiten gestorben. Hans Sabbat, der Vorgesetzte des jetzigen Angeklagten, ist auch vor einigen Jahren gestorben. Und die Botschaftsangehörigen, die damals involviert waren, soweit ich weiß, lebt von denen, glaube ich, niemand mehr. Irgendwann hat ja die Witwe von Czeslaw Kukoczka die Asche ihres Mannes bekommen. Also gab es dann trotzdem eine Zusammenarbeit der Behörden des damaligen Polens und der DDR? Ja, natürlich. Diese Behörden oder diese polnischen und die DDR-Behörden mussten ja eine Sprachregelung finden, wie eben Kukoczka zu Tode gekommen sei. Und da ist auch wiederum interessant, die Polen wollten eigentlich so eine Art Legende sozusagen entwerfen, dass Kukoczka irgendwo im Wald zu Tode gekommen sei. Hätte sich verirrt, hätte man nach Tagen seine dann schon halbverwesste Leiche gefunden. Die DDR aber sozusagen mit preußischer Gründlichkeit konnte da nicht mitmachen, weil Kukoczka ja obduziert worden ist in der Charité. Dort sind in einem vertraulichen Obduktionsprotokoll ist die Todesursache festgestellt worden. Das heißt, da konnte man jetzt nicht wieder dahinter zurück und dann jetzt auf einmal irgendwelche anderen Geschichten behaupten. Das heißt, man hat dann sozusagen eine Legende entworfen, Grenzdurchbruch oder was auch immer, und hat ihn dann verbrannt und die Asche nach Polen geschickt. Und die Witwe ist auch nicht über die Umstände des Todes ihres Ehemanns informiert worden. Es heißt auch in deinem Beitrag, den man übrigens in der ARD-Mediathek sehen kann, dass die Familie nichts gewusst hat von diesen Fluchtplänen, also dass er da niemanden eingeweiht hat. Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, warum musste der eigentlich sterben, Tom? Also man hätte ihn ja auch einfach festnehmen können. Man hätte ihn zurückschicken können nach Polen. Alles das wäre ja möglich gewesen. Also man hätte natürlich mit einem gezielten Schuss in die Beine, hätte man ihn unschädlich machen können. Aber man wollte vermutlich nicht, dass der Fall publik wird, dass es eventuell Nachahmer gibt, die dann sagen, aha, so geht das also und da stirbt man gar nicht. Das heißt, es erschien den Stasi-Leuten dann, die einfachste Lösung zu sein, den einfach umzubringen, anstatt eben, wie gesagt, ihn zu verletzen und dann wäre er ins Gefängnis gekommen, irgendwann wieder frei. Er hätte vielleicht davon erzählt, das wollte man verhindern. Vielleicht auch als abschreckendes Beispiel. Dann lass uns zum Schluss nochmal über den Prozess reden. Man könnte ja jetzt eigentlich auch sagen, ich glaube, das ist auch eine Argumentation, die jetzt gerade auch immer wieder aufkommt, ist, dass der jetzt angeklagte Manfred N. ja quasi nur das Ende der Befehlskette gewesen ist. Trotzdem ist er angeklagt wegen Mordes, nicht wegen Totschlags. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Das kannst du besser, weil du hast dich ja schon viel mit solchen Geschichten auch beschäftigt. Denn die meisten Mauerschützen sind wegen Totschlags verurteilt worden, wenn man sie verurteilen konnte. Also ich denke mir, dass es deswegen kein Totschlag ist, weil der mutmaßliche Mörder von hinten an den Kokutschka herangetreten ist und ihn gezielt mit einem Rückenschuss, also Hinterrücks, getötet hat. Und das wird als eine besondere Heimtücke bewertet, weil Kokutschka auch gar keine Möglichkeit hatte, das Geschehen wahrzunehmen. Zum einen, und ihm waren auch in dem Moment jedenfalls nicht mehr, die Risiken bewusst, also bei den Menschen, die an der Grenze oder an der Mauer erschossen worden sind, war ja vollkommen klar, man begibt sich hier in ein tödliches Risiko. Und ich könnte mir vorstellen, deswegen kommt hier Mord zur Anlage und deswegen muss man dann sehen, wie das natürlich dann ausgeht, zu welchem Urteil man am Ende kommt. Es ist relativ selten, dass es in diesen Fällen um Mord geht, habe ich gelesen, ich habe nochmal nachgeschlagen, es gab seit 1989 131 Gerichtsverfahren gegen gut 270 Verdächtige und wenn es zu Verurteilen kam, dann fast immer wegen Totschlags und nicht wegen Mord, deswegen ist das schon was Besonderes. Naja, also ich denke zum einen ist es die besondere Heimtücke, die hier als Mordmerkmal bewertet wird, eben dieser Rückenschuss, der zum Tode führte. Und dann ist es so, der Täter hätte ja auch das verweigern können. Das heißt... Hätte er? Ja, also das ist ja sozusagen auch eine Argumentation, die in den Mausschützenprozessen zum Tragen kam und auch in den letzten Jahren in Verfahren gegen SS-Leute oder auch Zivilangestellte, die im KZ tätig waren, dass man inzwischen weiß durch Untersuchungen, diese Leute hätten natürlich Disziplinierungsmaßnahmen ertragen müssen, aber sie wären zum Beispiel jetzt nicht erschossen worden oder so. Und in der Abwägung dann verweigere ich den Befehl und rette damit quasi ein Leben oder mache mich nicht zum Mörder oder führe ich eben diesen Befehl aus. Hat sich ja der mutmaßliche Mörder entschieden, aus freien Stücken diesen Befehl auszuführen. Ja, also es wird, denke ich, auch von der Verteidigung eine Taktik sein, zu sagen, er hat nur Befehle ausgeführt. Aber, wie gesagt, weil wir wissen, dass die Strafmaßnahmen, die er da zu erwarten hätte, natürlich da wären, aber jetzt sein Leben nicht existenziell gefährdet hätten, denke ich mir, wird das für die Anklager oder für das Strafmaß für das Urteil keine Rolle spielen. Was ich noch wissen wollte, Tom, die Polen hatten ja eigentlich einen europäischen Haftbefehl erlassen, aber der Prozess findet jetzt in Berlin statt. Was hat das für Gründe? Ja, die deutschen Behörden liefern ja generell deutsche Staatsbürger in nur sehr seltenen Fällen ins Ausland aus. Und man hat dann gesagt, wir führen den Prozess in Deutschland, prüfen die Beweise und Belege und dann kommt es gegebenenfalls in Deutschland zur Anlage. Und so war es ja dann auch. Warum und weshalb, kann man nur spekulieren. Wir haben es gesagt, am 14. März hat der Prozess begonnen. Ich habe gelesen, sieben Prozestage sind angesetzt. Weißt du, bis wann es dauern wird, bis wir ein Urteil haben und was der Angeklagte im Zweifel einer Verurteilung zu erwarten hat für ein Strafmaß? Also es wird einmal pro Woche, an einem Tag pro Woche verhandelt. Deswegen zieht sich das, ursprünglich war geplant, bis Ende Mai, jetzt Anfang Juni. Da wird es ein Urteil geben. Was der Angeklagte zwar erwarten hat, wenn man das Gericht feststellen sollte, das war ein Mord. Ich bin kein Jurist, das weiß ich nicht. Das muss man sehen. Aber das Schwierige ist eben auch wirklich, man muss ja bei einem Mord dem Angeklagten die direkte Tatbeteiligung nachweisen. Und die Verteidigung wird vermutlich die Aussagen der Zeuginnen anzweifeln, in Zweifel ziehen. Zu welchem Urteil dann am Ende das Gericht kommt, dazu kann ich wirklich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. In ein paar Wochen sind wir da schlauer wahrscheinlich. Hintergründe und auch Bilder zum Beispiel, das erwähnte Schachspielen, das kann man alles sehen in dem Beitrag von Tom Fugmann zu sehen in der ARD-Mediathek. Lieben Dank, Tom. Bitte. Ja, und auch Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Immer freitags alle zwei Wochen kommt eine neue Folge, da wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal wieder ausdrücklich um ein Bewertungssternchen oder auch gern einen Kommentar zu unserem Podcast bitten. Über Feedback und Bewertungen freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ minus podcast. Ja, und all denjenigen, die sich für Kriminalfälle, Mordfälle interessieren, denen sei an dieser Stelle der Podcast ARD Crime Time ans Herz gelegt. Zum Beispiel in der Folge der Menschenjäger geht es um verschwundene junge Frauen, Vergewaltigungen, Mord. Und zwar gab es in den 70er und 80er Jahren eine Reihe von Kapitaldelikten an Frauen, die bis heute ungelöst sind. Ein Fall konnte jedoch nach Jahrzehnten aufgeklärt werden. Und zwar ist das das Verschwinden der Millionärsgattin Birgit Meyer. Im Jahr 2017 stößt ein privates Ermittlerteam auf die sterblichen Überreste der Frau. Und zwar im Haus eines Mannes, der schon nach dem Verschwinden von Birgit Meyer 1989 im Fokus der Ermittler stand. Sein Name ist Kurt Werner Wichmann und ihm werden die sogenannten Gürtemorde zugerechnet. Die Frage ist, hat er noch viel mehr Menschen umgebracht als bislang bekannt? Zu hören ist dieser Podcast in der ARD Crime Time, in der ARD Audiothek. Jeden zweiten Samstag gibt es eine neue Folge. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 19. April. Dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stephan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Wir sehen uns, so Sie sehen uns, so Sie sehen uns.